Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, welche drei Boxspringbetten dir den perfekten Schlaf geben werden. Unser Qualitätssieger ist das Boxspringbett RUM 2. Das in Deutschland hergestellte Boxspringbett RUM 2 gehört zu den beliebtesten Boxspringbetten. Und wenn man einmal darin geschlafen hat, wird man schnell verstehen warum. Hier passt einfach alles. Das Bett sieht sehr edel aus und ist sehr hochwertig. Die 7-Zonen-Matratze mit Tonnentaschen-Federkern kann bei der Bestellung in unterschiedlichen Härtegraden gewählt werden, und zwar für beide Betthälften unabhängig. Nach der Bestellung wirst du vom Hersteller kontaktiert, um die Details wie Härte und Farbe zu besprechen. Der Topper, der die Matratzen schonend und für zusätzlichen Liegekomfort sorgt, ist ebenfalls wählbar als fester Kaltschaum oder weichem Viskoschaum verfügbar. Alternativ kann das Bett auch mit einem Motor geliefert werden, wodurch Liegefläche als auch Beinablage mit einer Fernbedienung an den Seiten eingestellt werden können. Ideal zum Lesen, Fernsehgucken oder für ältere Leute. Die motorisierte Version ist allerdings etwa 60% teurer. In diesem Bett hast du jeden Morgen das Gefühl, dass du in einem 5-Sterne-Hotel aufwachst. Die Kunden bewerten das Boxspringbett Rom 2 mit 5 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung direkt unter dem Video. Als Alternative empfehlen wir das Sprenger Bettenstudio Larum. Auch hier bekommst du ein wirklich verdammt gutes Bett. Aber wäre es bloß nicht so teuer, die Lieferungen als auch Montage sind auch für den Preis inbegriffen. Auch hier sind zahlreiche Größen, Härten und Farben wählbar. Nach der Bestellung kann alles genau mit dem kundenfreundlichen Service besprochen werden, der dich kontaktieren wird. Drei Härtegrade sind wählbar. Der Topper hingegen besteht aus Gelschaum. Gelschaum gehört zu den modernsten Materialien bei hochwertigen Betten und ist sehr beliebt, aber leider auch sehr teuer. Der Vorteil ist, dass sich dieser optimal dem Körperdruck anpasst und genau danach gibt, wo der höchste Druck entsteht. Ein Unterschied, den man beim Liegen sofort spürt. Selbst bei einer Hartmatratze liegt man damit wie auf Wolken. Die Kunden bewerten das Sprenger Bettenstudio Larum mit 5 Sternen. Unser Preis-Leistungssieger ist das Belvandeo Verona. Boxspringbetten sind nicht günstig, aber trotzdem kann man auf einigen Komfort wie Motor oder hochmoderne Matratze und Geltopper verzichten und kann dadurch ein sehr preiswertes Modell wie das Belvandeo Verona erhalten. Hier bekommst du zwar ein sehr einfaches Bett, doch auch damit kannst du alle Vorteile eines Boxspringbets genießen. Auch hier liegt die Bonell-Federkernmatratze auf einem Gestell mit Bonell-Federung. Der Topper besteht aus Kaltchaum und überdeckt die beiden Matratzen, sodass man keine störende Trennungsspalte zwischen den Betten hat. Das Design ist schlicht gehalten und passt somit sehr gut in jedes Schlafzimmer. Außerdem kannst du zwischen mehreren Farben wählen. Für den günstigen Preis ist das wirklich ein super Bett. Die Kunden bewerten das Belvandeo Verona mit 4,7 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, das perfekte Boxspringbett zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß beim geruhsamen Schlaf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017